Das Modell M ist mit der Sicherung geschlossen arretierbar ausgestattet. Es ist mit Tragfähigkeiten von 0,5 bis 8 Tonnen und Greifweiten von 0 bis 127 mm lieferbar. Um diese Klemme anzuschlagen, muss man die Sicherung öffnen und die Klemme an das Blech ansetzen. Nun wird die Sicherung wieder geschlossen, sodass die Last gehoben werden kann. Das Modell M ist eine vielseitige Klemme, die speziell für das Bewegen von vorgefertigten Teilen geeignet ist.